Kennen Sie den Mann mit Brille? Weißt du noch meinen Spitznamen, als wir im Knast waren? Das Gehirn? Das Gehirn, so haben mich immer alle genannt, klar. Weinen mit Niveau. Du hast da richtig eine ganze Geschichte erzählt. Lachen mit Niveau. Es ist alles bestens. Ich verstehe nicht, warum ihr so durch den Wind seid. Du hältst ihn verkehrt rum. Wirklich? Filme mit Niveau. Für mich war Emmett Ray ein faszinierender Charakter. Ich war ein Riesenfan von ihm, als ich jung war. Die Woody Allen Retrospektive zeigt acht seiner größten Kult-Hits. Ich bin Künstler. Ich ändere kein Wort in meinem Stück und biedere mich nicht beim kommerziellen Broadway-Publikum an. Vom 6. bis zum 9. Juni bei Kinowelt TV. Wie hast du das rausgekriegt? Fantastisch. Wie hast du das erraten? Echte Filme.